Demokratie, Solidarität, Souveränität, Nationalbewusstsein sowie Menschenrechte. Wir sind ein mächtiger Wirtschaftsbund, der dafür sorgen muss, dass die Märkte in allen Staaten wachstumsorientiert funktionieren. Ich eröffne hier mit die Sitzung. Wir sind von einer neuen Krankheit befallen. Ich spreche von technologischer Arbeitslosigkeit. Schulden müssen erlassen werden. Denn in einer Dür wächst ein Haus. Freedom has many difficulties. And democracy is not perfect. Und ich bin mir sicher, dass wir mit ein wenig mehr Erfahrung diese neu gefundenen Gaben der Natur ganz anders nutzen werden, als es die Reichen heute tun. Die Liebe zum Geld, also ein Wert in sich, wird als das erkannt werden, was sie wirklich ist. Ein ziemlich krankhaftes, widerliches Leiden. Eine von diesen halb kriminellen, halb pathologischen Neigungen, die man mit Schaudern den Spezialisten für Geisteskrankheiten überlässt. Und das ist das, was sie mit der Rückstnahme an der Rückstange und das Ausburger Bergstätte. Und das ist das, was die ganze Zeit an der Rückstange in der Rückst Lancee. Vielen Dank.